Nimm dir nun eine Auszeit. Du machst es dir auf dem Rücken liegend ganz bequem. Lenke deine Achtsamkeit auf deinen Atemfluss und spüre, wie dein Atem ganz sanft ein- und ausfließt. Deine Bauchdecke hebt und senkt sich im sanften Rhythmus deines Atems. Fühle, wie du dich mit jedem Ausatmen immer mehr entspannt. Stelle dir vor, wie alle Anspannung über deine Hände und Füße aus deinem Körper hinausfließt. Spüre, wie sich die Muskeln und Nerven deines Körpers vollständig entspannen. Stelle dir vor, dass du am Strand liegst, auf einem weichen, warmen Sandbett. Du singst mit deinem ganzen Körpergewicht in das weiche, warme Bett hinein. Spüre, wie sich der Sand den Konturen deines Körpers anpasst und unter dir ganz sanft nachgibt. Ein angenehmes, schwere Gefühl breitet sich in das weiche. Ein angenehmes, schwere Gefühl breitet sich in das weiche. In deinem ganzen Körper aus. Du fühlst dich wohlgeborgen, ruhig und entspannt. Du bist nur ganz leicht bekleidet. Denn es ist ein warmer Sommertag. Und du spürst die warmen Sonnenstrahlen, die dich sanft berühren. Der warme, leichte Sommerwind streichelt deine Haut. Du genießt es, im warmen, weichen Sand zu liegen, die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut zu spüren. Und du genießt den warmen, weichen Wind, der sanft über deinen Körper streicht. Dein ganzer Körper fühlt sich wohlig warm an und du bist vollkommen ruhig und entspannt. Gut. 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 Lenke nun Deine entspannte Achtsamkeit auf Deinen Herzschlag. Dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Du bist vollkommen ruhig und entspannt. Lenke Deine entspannte Achtsamkeit nun wieder auf Deinen Atemfluss. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Es atmet Dich. Die Sonne steht genau über Dir an einem strahlend blauen Himmel. Du fühlst ihre Kraft und Energie. Du atmest nun das helle glänzende Licht der Sonne ein. Und Du nimmst nun die Kraft und Energie der Sonne mit dem Einatmen in Dich auf. Stell dir vor, wie das glänzende Licht der Sonne mit dem Einatmen in Dich. Und wie es sich in Deiner Körpermitte ansammelt und zu einer kleinen hell glänzenden Sonne formt. Mit jedem Moment, die sich in Deiner Körpermitte ansammelt. Beim Einatmen leuchtet diese kleine Sonne in deiner Körpermitte immer heller.